muss das aber glaube ich unten doch um 1 höher ziehen ja okay wir müssen auch endlich mal zu sehen dass wir da die richtig einfärmen also alle farben und sowas müssen dass wir da so einen kleinen pulk haben haben wir ein paar schöne machen ich würde gerne so ein regenbogen tunel machen hauptsache ein farbflash ja du bist noch mit mein kart so blablabla und so und hast du nicht gesehen am besten noch nach dahinten zu der anderen zum ersten ja komplett farbig ist ein vor der farbflash auf was für drogen musste denn da dafür sein wenn du da aussetzt der minecraft droge das könnte knapp werden mit dem mit dem fischten holz mal wieder da haben die immer noch jeden satte naja ich muss hier weggelegt hat volle kanne hat meine ganzen viechern ja klar das hatte ich gerade auch wo ich da nur holz rüber gehen also holz gehen wollte holz holen wollte holz gehen holz gehen wollte holzbein gehen holen wollte ja auf jeden fall ähm leggy naja wir haben auch ein paar viecher dort ne so 1 2 3 ja dann nehm ich die hier in der bold up machen wir am meisten Oh, so hab ich da noch hin. Das macht keinen Unterschied. Ja, da hinten war ein Bild. Super, einstieg. Ah! Mann, ich mag das mit den Treppen nicht. Das ist so... Das ist nur schwierig, weil ich mich immer doof anstelle. Wenn es richtig sitzt, dann ist es ja eigentlich... Ne, passt das hier. Aber dann kann es ja jeder, wenn er richtig sitzt. Wir brauchen Individualität hier. Das ist aber schon mal ganz nett hier. Wie hässlich ist das denn? Das ist natürlich auch geil. Mit den Texturmpaketen liegt das ja wieder ganz anders. Ja. Wie gesagt, das sieht bei mir ganz anders aus in deinen Häusern als bei dir. Naja, klar. Was ich richtig blöd finde mit den Bildern ist... Naja, okay. Was ich richtig blöd finde mit den Bildern ist, äh... Dass die ja auch verschiedene Größen haben. Und wenn du die dran willst, teilweise... Zwar die richtige Größe hast, aber dann an eine falsche Stelle wieder hängt. Da, wo du eigentlich gar nicht haben wolltest. Ja, das ist dann ja wirklich doof, dann. Ich wollte gerade eigentlich ein Viererbild haben. Also vier... Ich bin ja da groß. Und, äh... Und dann kriegst du dann nur so ein zweier-clanes Ding dann, ne? Ne, ich hatte dann vierer gekriegt, aber dann war das an der falsche Stelle. Ist einem weiter rüber gerutscht. Na, super. Na, genauso doof. Ja. Ach komm, ich weiß ein paar Bilder. Ist mir jetzt egal. Den Rahmen höher ziehen? Vielleicht brauchst du ja auch noch mal ein paar Bilder hier. Ja, hatte ich eigentlich auch vor, irgendwann mal welche einzubauen. Oder einen irgendwo dran zu heften hier. Ich mach jetzt acht Bilder noch. Alles ne? Das ist mir ideal. Ja klar, hau ruhig rein. Sonst mach ich nachher auch noch welche. Auch. Ah, ich merke, ich bin heute ziemlich konzentriert. Oh, verrückt. Ja, schlimm, ne? Guck mal, die Mauern stehen schon mal. Ach, fünf Bilder übereinander oder so. Was ist denn hier los? Ich hab's kaputt gemacht, glaub ich. Na doch, jetzt hat's alles abgebaut. Und alles auch geil ist, wie die Bilder übereinander hängen konnten. Ganz. Übereinander? Übereinander. Quasi. Der hat übereinander gestarpelt, die Bilder. Boah, na okay, das lassen wir. Von Nacht ist das gut. Sieht zwar aus, wenn ich sterben würde, aber ist nicht schlimm. Ist nun mal so. Ja. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Hm. Kriegen wir so ein Bild hin? Ab und könnte ich aber nicht. Ähm. Am drum. Da hat man, glaub ich, das Geschirr gerade gehört. Geschirr? Ja, Geschirr aus der Küche. Ach, bei euch. Oder ist umgefallen. Okay. Interessiert mich nicht, ich spiel jetzt weiter hier. Ich dachte schon, hier, Geschirr, was? Der Geschirr wäre auch cool hier, ne? Ich dachte, du meinst, du meinst den Hund oder Hundegeschirr oder so, der hätte auch sein können. Weil der liegt auch hinter mir, ohne Geschirr. Oh. So. Ja, ne, 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 ne. Den meinte ich nicht. Und, ne, 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 ne. Und, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. 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 Jetzt muss ich echt wieder für Zaun zurückrennen in die Höhle in unserem Lager. Das ist ja scheiße. Hä? Druckplatten dann auch die Farben haben, glaube ich, die du gebaut hast. Ah, cool. Meine ich, hätte ich gesehen. Aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das ist natürlich schön dann, ne. Dann wird das jetzt echt schön detailliert dann, ne? Ja. Das sind jetzt demnächst viele Deko-Sachen. Das fand ich sowieso voll kacke aussehen. Mach's extra aus dem bestimmten Holzenplatte und dann kriegst du da irgendeinen anderen Käse raus. Blub, blub, blub. Ja. Ja. Mach den weg. Ne, ne, ne. Ach, nee, nee, nee. Äh, wir müssen auch Leben abbauen. Ich brauch Leben. Okay. Ich brauch, äh, Fiegelsteine. Ja, demnächst wird er auf die Lehm-Suche gehen. Ja. Weil die sieht man ja das nicht, ne? Richtig. Dann ist ja immer wieder das selbe Problem. Das ist ja nicht schlimm. Ich meine, das ist ja nicht wirklich. Du hast hier noch mal eine Schaufel, ne? Wer wird sie wieder? Nö. Der Leben abbauen geht es, kannst du dir, glaub ich, am besten benutzen. Ich baue ihn jetzt so. Ich nehme nur andere scheppelige. Ich brauch nur ein bisschen mehr, um die Erde rauszuheben. Ich habe keine mehr drin, egal. Egal. Ich muss mir wieder etwas. Ach, nö, ne? Und es regnet. Boah, und ich habe noch kein Dach. Ah, ah, ah. Das ist doof jetzt, ey. Ich habe ein Dach. Was denn, Dach? Ah ja, klar. Bist du schon fertig mit dem Dach, oder was? Ich bin eigentlich schon mehr oder weniger fast ganz so weit. Alter, was war das denn? Weiß es nicht. Bei dir ist ein Creeper explodiert. Echt? Ich habe keinen gesehen. Ja, guck dir mal an, was der weggearbeitet. Bleibt da hinter mir, oder was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe den Bummen gesehen. Ich habe vor mir einen Lockheel gemacht. Und dann habe ich es vor mir zischen hören. Oder ich habe es zischen hören, dann. Dann machen wir mal Ente. Okay. Na, komm, dann nehme ich die Kohle eben hier mit, die hier drin ist. Das habe ich, ich habe, wie gesagt, ich habe nur, ich habe nur gesehen, wie es Bummen gemacht hat. Und das war es. Oh, komm, das sind die Demonstrationen, das habe ich gar nicht gesehen. Oh ja. Öfter mal was neu. Naja. Ist immer was neues hier. Aufregend. Ich wollte auch gerade sagen, ich bin eigentlich soweit ganz fertig. Ja, und dann kommt wieder sowas. ich bin aber auch nervig nicht schlecht ja die mögen ja kein wasser ja das ist ja dass ich da versteckt könnte gut sein ein bisschen pompös für ein schlafzimmer ach scheiß drauf machen wir machen das dach machen die spinne ja auch mal klar braun jetzt müssen wir wieder einen neuen laub dahin setzen ja kommst du nicht drüber rum das wird uns bestimmt noch öfters passieren dass uns ein creeper alle sachen hier kaputt macht war ja auch noch nicht der erste mal nö überlegen mal an der falle wie oft wir da neu bauen mussten wegen sämtlichen doofen creepern hier und ich habe eigentlich gedacht wir hätten jetzt eigentlich gut ausgeleuchtet kann nur sein dass einer bei mir irgendwie gespawnt ist ich habe noch nicht so alles ausgeleuchtet das ist ja ich weiß nicht schon aber ich weiß nicht schon ja ungesehen wir ungern gesehen den Viecher wirklich so warm ja ich weiß nicht aber ich weiß nicht wenn du regnend und man nicht angreift das ist da wirklich doch bringt der effekt ja auch gar nichts mit dem regen geht also geben wir den keks wird dann noch ein leck es ist echt nervig hier hält sich das gott sei denn noch in grenzen bei den fiechern dahinten also bei denen ist der todesstoß da ist es schon nicht krass geht es also da geht es hier endlich noch können wir uns eigentlich auch schon schön langsam an die deko machen obwohl ich werde wahrscheinlich noch deine hilfe brauchen weil ich wahrscheinlich noch das eine oder andere brauche ich bin noch nicht aus sandstein mal gucken wie wir das überhaupt machen mit dem dach ob das passt immer baut hier die ganze stunde lang und hast du nicht gesehen und weiß gar nicht ob das passt mit dem dach und wenn es mit dem dach doch aussieht dann sieht das alles doofe aus glascheiben sitzen finde ich auch gigantisch geil geht immer die hälfte kaputt super wie mich das merkt mit dem zaun nimm doch einfach mal ein bisschen mehr mit ja aber man denkt ja immer man braucht nicht so viel nimm doch ja dann nimm lieber mehr mit als zu wenig ja komm jetzt mit alter das ist der enderman bei dir drin ja bei dem haus gerade so an nee 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 sollte ich nur besuchen kommen oder so hier kuscheln im bettchen bei mir ist nix mit enderman nee ist nix wo kommt die denn her hau mal ab hier raus aus meiner wohnung raus aus meiner wohnung aha nach jedem kommt die einfach in meiner wohnung in der dreck ja und